... zur Bevölkerung, ne? Du schaffst es einfach nicht. Und ich hab hier mehrere Nutzen zu Hause gehabt. Ich kriege einfach kein Corona. Mein Sohn war jetzt ein paar Tage bei Gütersloh, ne? Und hat da mit Rumänen zusammengearbeitet, vom Paketdienst, ne? Und verseitert, dass er sich da das geholt hat, ne? Das Schlimmste wäre dann, ne, dass man zwei Wochen zu Hause bleiben muss, aber ich sag, dann ist dann bestellbar alles von Rewe zwei Wochen lang. Dann krieg ich auch mal ein Erdinger Weißbier her. Ja. Oh, ein bisschen benehmen doch noch. Nein, wenn du bei der Frau, wenn du der Frau klutschst, ist das genau das Gleiche wie Andi. Und ich klutsche ja mit den Nutzen immer, ne? Und ich hab jetzt mehrere hier gehabt. Ich kriege kein Corona. Ich kann machen, was ich will. Alle, die hier QHV sind, guckt dir mal die Statistik an, wie wenig Corona kriegen, ne? Wir alle schaffen das nicht. Wir kriegen kein Corona. Wie Burkhard sagt, dann wäre man einmal durch mit dem Thema, ne? Ja. Die Maske stelle ich mir auch an, wie komisch vor. Aber hat in der Bildzahlung eine Prostituierte, eine ganz hübsche, und dann ist abgebildet auch, und sie sagt, Die Maske stört beim Sex gar nicht. Der Blosjob fällt halt weg, sagt sie.